Chat, lasst uns reingehen in die Stream Awards. Die besten Clips des Jahres. Ich hoffe, wir sind vertreten, weil wenn ja, müssen wir voten. Bro, ich muss unbedingt so einen Preis abstauben. Ich hatte letztes Jahr schon einen. Wow. Wow, ist der schön. Da war noch alles schön, da war meine Karriere noch am Start. Jetzt ist sie mittlerweile am Ende. Macht nichts. Ich bin hyped, ich bin hyped. Ich bin bereit, großartige Clips zu sehen. Re-Rap-Chat, ich freue mich darauf, das jetzt hier mit euch machen zu können. Bester Rage-Moment. Bester Rage-Moment. Wie im Stream geweint vor Lachen. Auch heute nicht. Bester Rage-Moment. Passt auf, ich neck. Bester Rage-Moment. Bester Rage-Moment. Bester Rage-Moment. Bester Rage-Moment. Oh nein, die Dumme fressen, ich konnte nicht, okay? Ich konnte nicht. Rube nicht, Mann. Jetzt kommt wieder die einen Drücher. Da wird ein bisschen schwachen. Okay, okay. Bro, what the fuck? Wie lange müsste ich spielen, wenn ich nur beim Final Fantasy kommen darf? Max, du hast 30.000 Euro für Speedback. Den finde ich gut. ich kenne dass du streams ist wirklich alles schön und gut aber halt mal deine schnauze okay du bist fucking dumm max du bist fucking dumm ja ja mehr mehr um so gut wie der gegner zu sein ganz das fand ich gut weil es real war ich konnte nichts ich habe einen wo ging die flasche ich gehe rauchen ich habe einen wo das bruder liegt einfach alles ich schwöre es hätte vorbei sein können gut nächster clip ich bin ein kleiner ich bin ein kleiner gnome ich schieße ganz viele dumme scheide aus meinem arschloch und dann stecke ich mir ne scheiß blazerot quer in den after wow hewie wilden pita 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 du so nicht dein vater du kleiner bad auch sehr starker kreativer clip es ist der clip es ist der clip 100 prozent der clip gehen wir mit sascha was ist die nächste kategorie beste streamer tik tok sind wir da nicht da sind wir nicht das war während des drehs vom sabaton trailer seht ihr da hinten john dustin martin sitzen da ist jockey dakimaki bruder man sieht ihn überall da unten ist jockey dakimaki jörglich dakimaki da ist er da samstagmorgen 12.30 solingen alles schläft aber ich bin schon unterwegs eine gute freundin hat mich hergerufen und zwar schauen wir uns heute ein burger restaurant das ist so schlecht ja okay das ist das ist so ärgerlich okay herzlich willkommen zu meiner abschmink routine da viele gefragt haben spaß es hat eigentlich keiner gefragt mache ich jetzt ein get unready with me aber das ganze wird von meinem freund vertont viel spaß hallo ich habe absolut keine ahnung warum ich das machen soll weil ich von der scheiße wirklich null ahnung habe aber sie macht es auf jeden fall auf kamera gerade erstmal den mund zauber das ist auch wichtig weil ohne trockenen mund kann man ja nicht diese tollen creme darauf haben sorry das ist schaum es kann auch schlagsahne sein ich habe lust auf schlagsahne wir machen uns ja das gesicht sauber und nichts anderes ich finde gut dass sie in der kamera geblieben ist dadurch sieht man so toll was da gerade passiert für mich hat das gewonnen für mich hat ganz klar das gewonnen wobei das auch sehr witzig war wir nehmen dass wir gehen mit den homies gut beste ihr moment nichts mit philo das ist krass remember wir waren wir waren ihr l oder wir erinnern uns an la zurück wir erinnern uns an der l zurück wie land in den rollstuhl bruder wie land in den rollstuhl bruder und ihr l stream mit stefan und john dieser eine typ der gesagt hat bei hey nee der muss da rein ihr wisst ganz genau wie ich meine der kann doch nicht nicht drin sein das ist krass da gucken uns mal die besten ihl momentan kommt er wirklich ok ok ja ok ich glaube wir sind los oder solid clip Nochmal! Solid Clip! Solid Clip! Mein Bein geht es immer besser und besser seit dem Schwimm heute Mittag, das ist geil. Ich spiele Samstag den Eli Geller Cup. Und wenn ich ihn humpeln spiele, ich spiele ihn als Team Captain. Achtung, da kommt der Roller wieder! Ich bin zu... Achtung nach rechts! Oh, nach rechts! Oh, nach rechts! Da ist er! Was? 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 Das war der Roller der Polizei! Hä? Wer fährt denn mit dem Roller der Polizei? Wie schlecht! Digger, der konnte 30 kmh fahren, der Loser! Der geht auch hart, der Clip! Haben Sie ihn? Der geht auch hart, der Clip! Ja, auch sehr guter Clip! Small accident! Nothing happened! Guter Clip! Guter Clip! Das ist nicht passiert! Digger, Dominik hat gerade den hier gemacht! Das ist nicht passiert! Ja, Christian, ich muss doch kurz eine Steuereinheit, ein paar Regler einstellen, gell! Ah, bist du ja lauter! Ja, Sir! Ey, bitte! Los geht's! Sehr guter Clip! Das Ding! Schuss! Du musst einen... Ach, ich schw sympami... Ja nee, so soll das gehen! Nein, nicht! Oh mein Gott, Digga! Ich sag denen, da das geh's nicht runter! Siehst du das Digger? Siehst du das? Pilma nach rechts, äh, Digger, da geht's runter! Oh neeeee Achterbahn. Warte, warum schreibt der Dustin? Wo war Dustin da? Ist das krank. Ja, für mich dann aus diesem Clip bester Clip ist... Na, actually, actually, wir machen das. Actually, wir nehmen das. Man, Rhys ist immer witzig und das war in der Situation einfach fucking witzig. Wir nehmen das. Wir nehmen kurz zum Techniker. Wir nehmen Techniker Clip. Good Gaming Moment. Mell, du wirst eine eigene Plakette bekommen, wo dran steht, dass du bemüht warst. Was hast du gemacht, Halu? Was hast du gemacht? Das ist TTT-AGJ. Was war denn? Okay, ja, Basic Dalu Card, würde ich sagen. Wow. WTF? Was hast du gemacht, Halu? WTF? WTF? Okay, krass. Okay, krass. Ich versteh leider nicht, was da passiert. Oh mein fucking Gott. Ich hab euch alle gefickt. Pff, okay, okay, okay. War eine krasse Minecraft-Falle. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Niemals. Niemals. Das ist nicht passiert. Das ist nicht. Ich kann's nicht glauben. Bro, als ob das jetzt gerade passiert. Als ob das jetzt gerade passiert. Als ob das in dieser Nacht gerade passiert. Als ob das jetzt gerade passiert. Niemals. Niemals, Bro. Ich bin ja... Digga, er weint, oder was? Ich weine legit, Bro. Ich bin jetzt 42 Stunden lang gefahren. Auf dieser scheiß Eis-Strecke hin und her. Seit Wochen, seit drei Wochen war ich da. 42 Stunden hin und her. Nur damit er jetzt da steht. Es kann wirklich spawnen. In Full Dia. Es kann spawnen in Full Dia. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben ihn. Okay, stark. Hallo zusammen. Gerade bin ich in einem CS2-Matchmaking und ich habe hier einen Spot gefunden. Auf einer kleinen Kante stehe ich hier. Aha. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich jetzt die Gegner hole. Viel Spaß. Was? Du willst gerne mal aus? Ja, ja. Hat gewonnen. Ach du Scheiße! Hat gewonnen, hat gewonnen, hat gewonnen. Hat gewonnen. Hat gewonnen. Kann kommen was willst. Hat gewonnen. Ja, das dabei. Das dabei. Out. Das ist halt auch... Also... Ace, Ace! Wow! Bro, der war's ne kleine Poli-Shot! Basic-Chef Strobel-Klatsch. Ist nichts Besonderes bei ihm. Der ist einfach gut in dem Spiel. Für mich ganz klar Trillux gewonnen. Für mich ganz, 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 ganz klar Trillux gewonnen. Ganz, ganz klar. Dalu-Kart ist das Basic-Dalu-Kart, ne? Muss man auch sagen. Und es ist auch No-Scope. Ist krass, aber ihr wisst, was ich meine. Das hier ist für mich mehr God-like-Shit und Sport als... Als, äh... Als Gaming. Aber natürlich... Also natürlich Joke ist halt trotzdem ein Game. Äh... Hugo verstehe ich einfach nicht. Das ist ja RNG. Das ist einfach krass. Und Chef Strobel halt, ne? Gut. Bester Newcomer. Das ist alles Quatsch. Also dass ich hier nominiert bin, ist ja wirklich Quatsch. Vor allem an dem jetzigen Punkt. Ich werde ja die... Ich werde ja die wenigsten Votes haben. Muss mich trotzdem voten. Wer ist auf die Idee gekommen? Hat das sehr starkes prozentuales Wachstum? Ja? Habe ich das, dieser Robin? Willst du mal mein ver***tes Twitch-Tracker sehen, Robin? Was ist das hier? Sehr starkes Wachstum? Bruder Bergfest! Ich bin wieder im März zahlentechnisch, du kleine F***e! Ich bin im März! Guck mal, wo waren wir im März? Wo sind wir jetzt? Ich bin sogar weniger als im März! Weniger! Mit dem Dolch in die Wunde. Bester Cringe-Moment. Okay. Hör doch auf jetzt! Hör doch auf jetzt! Bruder, das ist Twitch-Deutschland halt, ne? Enjoy? Ach so! Eine Dame, die mal nett zu vögeln ist! Entschuldigung. Haben Sie einen Vogel? Sag mal! Ohne Scheiß. Das hat nichts mit mir zu tun. Ohne Scheiß. Ich muss es machen. Komm, geh! Warum hießt du auf Steam mal Pornhub? Komm, guckst du da nach? Und warum hießt du auf Steam mal Pornhub Herzchen? Warum gu- Warum hießt du E-Girl Layla? Warum hießt du mal Unlucky Bastard? Warum hießt du Leidenschaft für Scheidensappen? Phoebe. Ja? Warum hießt du Leidenschaft für Scheidensappen? Phoebe. Was ist das? Bist du dumm? Da steht halt wirklich. Du hast dich irgendwann mal umbenannt. Du hießt halt wirklich mal Pornhub. Pfff. Er war schnell offline gegangen. Ja, hat gewonnen. Phoebe und Philo. Weil da halt Philo steht. Ist ja ganz klar. Daddy. 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 You're so cool. And with my style we're gonna rule. Dad. Understand. I'm gonna hurt you till the very end. Daddy. 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 Mach sie tot. Ja. Es ist ganz klar. Gay? Es ist ganz klar wer da gewonnen hat. Also ganz klar. Ganz, 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 ganz klar das hier. Gut. Schlimmster Voice Crack. I guess. Ah, 20 Grad. Hä? Und auf einmal ist die Stimme weg, oder was? Was ist mit meiner Stimme lo- Wann war die weg? Die ist einfach weg? Was ist mit meiner Stimme lo- Nein. Klima- Wir reden jetzt. Wir reden jetzt von meinem Zwerchfell aus. Okay, Leute. Wir reden jetzt ein bisschen so. Okay. Fire Resistance. Suspicious Stu. Yeah. All right. Mr. Mr. Eat4U mit dem Ticker heute. Okay. Kurz, äh, falschen Gang drin. Okay, falscher Gang. Ja, okay. Ja. Haha. Oi, was? Ja, okay. Ja. Haha. Hölle nein. Digga, so. Boah, what the fuck, alter. Digga. Oh my god, alter. Das ist echt scheiße. Hölle. Hölle nein. Bruder drückt deinen Kehlkopf rum. Hallo, hallo. Bruder sagt Test, Test, Test. Bruder drückt am Kehlkopf und sagt Test, Test. Test, Test? Hallo. Nächster? Mhm. Finde der Bomben schmeckt auch schlecht einfach. Ja, die schmeckt Kacke. Ja. Ui. Jetzt hab ich gleich... Ja, du machst den Abflug gleich. Digga, das ist ein Prachtexemplar eines Mannes, ne? Das nicht. Wir haben halt jetzt im Rachen. Mir geht's gut. Ähm, ja, für Hugo. Bruder sagt Test, Test, Test. Ist für mich ein Hugo-Clip. Beste Zuschauerinteraktion. Sie sind so verwirrt, wenn sie mich sehen. Sie sehen halt einen Typen, der Fans sammelt und überlegt, ob er harte Brötchen auf einer Mülltonne ist, während er sich... Live-Bonnation. Haha. Warte, 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 warte. Bro. Okay. Ui, ja, das werden 한... Ucht, nix! Ucht ni na... Ucht ni na... U回去. Carrier das habt, Thanos! Carrier das habt und HERT zu后 nicht mehr! Ich bin bescheuert. 下v c... 함 deinceptor! Er hat das. Er hat das! Er hat das! Galle! Ehh! Das ist genau das, was we nochmal sagen. Hi. Schönen guten Tag, Kevin. Oh mein Gott. Sie retten den Tag. Haft ihr noch? Ihr habt ihr noch... Irgendwannen wir mitnehmen in zu fest? Ach so, warte, warte... ich freue mich riesig auf die Tour. Gusti, Dankeschön. Schmuggi, Dankeschön für 5 Worte. Mormen, Dankeschön für 5 auch. Vielen Dank. Er ist so ein Süßi. Guck mal, wie süß er ist. Doch, 100% nicht. Wir bestehen da drauf. Er ist so ein Süßi. Wir bestehen da drauf. Bitte nehmen Sie das. Wir sind sonst extrem undankbare für die Leute im Internet. Sie müssen das nehmen. Sie sind gezwungen dazu. Vielen Dank, Sie retten den Tag wirklich. Dankeschön. War er Viewer? Sollen wir die Klappen mal zumachen? War er Viewer oder war er Dad von einem Viewer, der den angerufen hat? Vater von Viewer. Ah, okay. Guter Clip. Auch der ist süß. Wassereis. Bist du erst mit Wassereis? Oh, deine Mutter ruft. Dann darf ich rangehen? Ja, klar. Dankeschön. Guten Tag. Ihr Sohn ist in bester Sicherheit. Lassen Sie sich nicht irritieren. Ich bin ein fremder Mann, aber er kennt mich. Ich kenne ihn. Er steht neben mir. Er hat Wassereis und Getränke. Er konnte nur nicht gerade ans Telefon gehen. Wo seid ihr? Oh, wir sind noch am Stadion vor dem VIP-Bereich. Sie finden uns inmitten einer Gruppe von anderen, jungen, ambitionierten Menschen. Ich komme hin. Ja, er wartet am roten Bändchen. Alles klar. Vielen Dank für das von Ihnen entgegenverbrachte Vertrauen. Oder wie das heißt. Wir könnten uns auch mal treffen, sonst... Ha? Tschüss. Ha? Guter Clip, muss ich sagen. Auch wenn Skyline ist. Guter Clip. Kann ich da noch fragen? Wenn nicht, ist das für dich okay. Kann ich ein Autogramm von dir haben, aber auf meiner Brust. Ich bin voll jüngig. Ist das alles gut? Wenn es für dich okay ist. Ich bin voll jüngig. Ich bin voll jüngig. So verwirrt, wenn sie mich sehen. Alter. Ja, dann. Guter Clip. Guter Clip. Aber man muss auch sagen, irgendwie weird, so ans Handy zu gehen, oder? Ich bin ein fremder Mann und ihrem Sohn. Geht das gut? Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Titten Autogramm eine beste Zuschauerinteraktion ist. Nee, 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 nee. Nee. Wassereis. Bist du erst mit Wassereis? Ey, für mich, dann ist das leider der Skyline Clip. Bester TTS Soundalert. Bro, ich hab mir gestern den Schwanz auf dich abgewichst, du geiler Dreckser. Oh mein Gott, was für mich? Sag halt die Fresse zu mir. Wassereis wird mich killen dafür, Bro. Wassereis wird mich killen dafür. Wassereis tut mir wirklich leid. Kevin? Ja? Nix? Ihr müsst Papa Platte machen. Kevin geht nicht. Was ist da, Philo? Oh nein, ich voll honk. Hab mal wieder vergessen, Shuffle bei Spotify zu aktivieren. Oh, ja, true, danke. Frank Rosin hobelt mit jedem Abend unter der Dusche die Lunte so sehr, bis ich Weißwein abspritze. Ich bin spielsüchtig. Das ist krass. Digga. Junge, das ist das scheiße. Das ist krass. Hey Felix, ich mach dir ein privates ASMR, wenn ich auf die Liste darf. Nein, Lmao. Nein, Lmao. Privates ASMR, wenn ich auf die Liste darf. Nein, Lmao. Nein, Lmao. Heute buche ich mir für 24 Stunden eine Hure und ich werde herausfinden, wie es ist. Willst du meinen langen Rüssel sehen? Das ist einfach nur all in of everything. Oh mein Gott, ich liebe Pimmel. Ich hab QR-Codes. Ja, bitte. Ja, das war so eine Box hier. Äh, QR-Code hätte ich. Ja, welches? 281. Ja. Okay. Im Schlaf er in Klammern schreckt. Oh mein Gott. Skeptical. Wartet mal, das analysieren wir. Ja, der war ein bisschen schnell auf den Beinen. Ich glaub, der hat noch gar nicht gesleept. Oh mein Gott. Gut, nächster. Ich kenn den nicht. Geld. Ah! Er hat... Hast du die dicke, fette Lederrate dahinten gesehen? Ah! Geld? Aus dem Weg, ihr Lederratten. Ich muss schnell auf den nächsten Wort meinen Darm entleeren. Mhm. Die Straße bringt viel ein, ne? Jo, jo. Die Straße bringt viel ein. Das hält mir gut. Die Straße bringt viel ein. Ja, der ist es. Kenn ich nicht. Gut. Also, wir nehmen das. Ist ja ganz klar. Bestes, bester Perfect Timing Moment. Oh, das ist krass. Das ist wirklich, wie er sagt. Das ist total ruhig. Auch guter Clip. Es ist fast immer, wie er sagt. Das ist total ruhig. Auch guter Clip. Man merkt auch... Und man merkt auch vom Wind nicht so viel. Enorm guter Clip. Enorm guter Clip. Aber hinterher war's gut. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Huch, was? Hä? Was? Ja, mach mal mit das. Gute Idee, Digga. Ich bin aus Versehen gerade mit dem Finger auf den Meme-Button gekommen, als ich mir den Hufbomben ausschlappen wollte. Weil du fett bist. Hä? Was soll das denn? Wait, what? Ja, ist ein Gronkh. Okay, gut. Ist ein OG Gronkh, Bruder. Ich sag ehrlich. Auch dieser Blick. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Huch, was? Was? Ja, mach mal mit das. Gute Idee, Digga. Was? Ich bin aus Versehen gerade mit dem Finger auf den Meme-Button gekommen, als ich mir den Hufbomben ausschlappen wollte. Weil du fett bist. Hä? Was soll das denn? Ist ein Gronkhl, ist ein Gronkhl, ist ein Gronkhl, oder? Schauen wir nächstes. ...richtige Tasche für bekommen. Für 27, sag ich ganz ehrlich. Oh, der, den kann, den kann, den kann kennen. Der ist auch stark. 100%ig. Der ist sehr stark. Jetzt kommt es. Oh, Digga, herrlich, herrlich. Oh, Digga, herrlich, herrlich. Das ist, das ist sehr stark. Sehr guter Clip. Sehr guter Clip. Äh, Rohhard, welches Nagetier baut Dämme? Äh, wie heißt das Ding? Warte, warte. Welches Nagetier baut Dämme? Dieses, äh, Nagetier, äh. Sag es Biber, genau, Biber. Das weiß man. Sag nicht Eichhörnchen. Eichhörnchen. Oh, oh, oh. Der Biber. Oh, ist es. Oh, mein Gott, Bruder. Ja, ist es Gronkh oder Kevin, Chad? Der Gronkh könnte aber predictable sein, der Kevin nicht. Ja, komm, wir machen, wir machen Gronkh. Wir machen, Kevin kommt bestimmt noch mal. Bester Lost Moment. Guck mal, was die hatten. Coca-Cola in Glasflasche. Ja. Oh, guck mal, wie hässlich deren Wasserflasche ist. Hä, das sieht aus wie, äh, als ob da so, äh, Essig drin wäre oder so. Bruder, das ist Essig. Du hast Essig-Tafel-Essig gekauft. Das ist wieder so ein typischer Ronny-Berger-Move. Das sind so Momente, die wirken so staged. Mal, wie weird die Wasserflasche aussieht. Tafel-Essig. Das ist doch staged. Vor allem, das steht doch ganz weit entfernt von Wasser. Ravioli-Berger wieder am Start. Das ist doch nicht wahr. Oh, Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Auch Menno. Auch Menny. Einfach eine Flasche Tafel, ey. Auch der Verschluss und sowas. Man sieht doch direkt, dass das... Okay, Maluna, Chat offen. Hab ich irgendwie Dings aus? Ich kann nichts antippen. Hab ich irgendwie Quickcast oder sowas aus? Ja, also mit der Queue tippst du nichts an. Die Queue ist automatisch auf Gegnern... Nein, ist... Nein, du verstehst nicht. Wenn ich E und Queue drücke, passiert nichts. Ja, die machen auch nichts. Nein, ich kann auch nicht... Ich kann meine ganze Tastatur funktionieren nicht. Okay, der war meins. Okay, doch. Ich kann nicht. Hallo. Du hast Chat offen. Okay, der war meins. Oh, weil ich den Chat offen habe. Oh mein Gott. Aber das ist dann so, das nennt sich Sabaton. Was ist dabei so unterhalten? Weil die Leute da oben haben ja eine Uhr. Und die läuft ab. Wo denn? Da. Oh mein Gott. Wo? Da sind ja keine Uhr. Was ist denn? Was ist denn hier? Wo sind denn die Uhr? Wo sind denn die Uhr? Ach so, die Sicht. Du zeigst so. Weil die Leute gucken, guck mal. Wenn ich hier hinzeige, sehen die Leute, wo ich hinzeige. Die Leute haben das voll zwussig. Das musst du eigentlich so zeigen. Und wenn du auch die Richtung bekommst. Oh nein. Oh hell no. Was hat sie gesagt? What the hell no man? Das hat ja einen dramatischen Turn geswooshed hier. Oh hell no. Das hat, Bruder, das ist ein Plottwist. Oh nein. Oh hell no. Die Leute haben doch den Monitor A vor sich. Du bist ja eine Nudel. Das gibt's doch gern. Du wirst unbedingt, dass ich mich blamiert habe. Der hat bis jetzt für mich gewonnen. Okay. Stopp, haben wir Montag? Der OG Juli Nara Clip, Digga. Lebt die noch? Digga, sie ist so cool. Re-Rap, sie ist so cool. Sie hat die ganze Zeit diesen Resting Bitch Face. Dieses Resting Bitch Face. Und spielt so Overwatch die ganze Zeit. Aber ist so ultra toxic. Das ist so witzig. Stopp, haben wir Montag? Stopp. Ich muss seit 5 Minuten arbeiten. Nein. Nein. Das macht doch diese Musik im Hintergrund. Macht's auch so witzig. Nein. Nein. Oh mein Gott. Digga, die hat doch auf Save noch andere Clips. Was ist das? Schuhe. 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 Mit Wasser. Schuhe. Hörno, Gromen. It is. You're a stupid fucking cunt, you fucking bitch. You have a fucking issue. You can't even kill a fucking farra. We have two fucking hitskins's and you can't hit the fucking Das kacke alles Na gut ok Geiler Typ So pass auf 60 Sekunden Timer Du darfst nicht ja und nein sagen Antwort ist in vollen 46 Euro sind für dich Auf die Wette fertig Los So Zeit läuft siehste Ja Können wir nochmal machen bitte Dankeschön Das ist krank Das ist krank Wir haben auf jeden Fall noch Pews Pews Eine am Anfang die überall auf dem Boden dafür gesorgt hat, dass wir kaum laufen können Weil wir sonst ausrutschen Und wir haben noch mehrere Pews Deswegen Chat Ein großes Uh Twitter Trends Uh Oh ok Gut Digga falsch rum Auch ein guter Clip und wär halt ein Clusterfuck In dem Ding Boah hier gibt's echt gute Clips Hier gibt's wo es die Uhr ist, ein guter Clips auch mit Hell No Das ist schwer Bruder Ich weiß es nicht was ich hier vote Naja komm Support your local Schönste musikalische Performance Warum ist da nicht Philo? Gut, mal gucken was geht ab hier Mal gucken was geht ab hier Hier im suffocated I wolf in love Run through my blood Tell me is this where I give it all up For you I have to risk it all Starke Stimme Starke Stimme Starke Stimme Okay Oh mach der Impro Oh 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 Wow Das ist cool Das ist cool Flawless Das war flawless Alright Nächstes Egal wo Lara Loft ist sie singt Dragonborn Sieh das ist ihre Das ist ihr Wrestling Entry Move So Gänzlich Haut Mmhm Ah Also Etwas das ist auch sehr stark Ja Das ist auch sehr stark Segre Das ist ja Das ist ja Okay Stark, stark, stark 2, 1, los Yeah Oh, go down Oh Ja Oh 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 Guck Oh 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 Die Nanoliefs stören mich massivst. Die Nanoliefs stören mich massivst. The real Jan Hengenberg, Hegenberg. Hör doch aufs Gäste! Befreie dich aus der Schale, die dich umfängt. Mein Brummi? Befreie dich, spreiz die Flügel und sei beschenkt. Das Leben soll in dir wachen. Schrei uns dann ruhig an. Dein Odem soll Feuer entfachen. Zu Rastalotts gütigem Gang. Rastalot. Ja, ich weiß nicht. Das fand ich schon hart hier. Das ist aber auch crazy. Ich wollte eins. Für mich ist Ifa-Score gewonnen. In my opinion. Bester Träumoment. Das war Biene. Ich mach das einfach alle paar Minuten. Aber ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Weil es wird hier immer voller. Ich hab nicht geguckt. Ist die dumm? Ne oder? No way. Ich kann nicht mehr. Hä? Was ist der Kontext? Digga, was wollt ihr von mir? Bist du schon bei Miki? Bist du blöd? Dreh dich um. Oh! Hä? Was ist der Kontext? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wie lange? Die Projekte das mal gekauft hat. Ist das so 2-3 Minuten? Sie hat Sabine gesucht? Ich mach das einfach alle paar Minuten. Es welf? Och nein. nein 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 what the fuck what the fuck hat mein streamer nicht offen er sieht mich nicht sein chat sieht ja auch dass du es offen hast was reichs hat wasch out what the fuck er hat er hat er hat er hat er hat er hat und die 1 situation eins gegen eins eins gegen eins laura holt sich nacher 1v1 Situation, du weißt ja, wenn du den Slurp usst, dann kannst du auch runter. Oh nein. Wirklich? Nein, nein. Nein, Bruder, nein, nein. Du bist der Gottloch, ne? Du bist der Gottloch. Du bist der Gottloch. Bodenlos, bodenlos, bodenlos. Hey, das war ein Backmann. Da war ein Mann. Okay. Kevin, ganz guter Tipp dabei ist, ziehen wir die Handschuhe aus, wirklich stellen wir die Flasche hin. Dann machst du die Finger gerade, wirklich beide Finger. Warte. Nein, das hat ein bisschen was mit Meditation zu tun. Mach die Finger gerade, winkel die an und das ist super, um die Tränen wegzuwischen. Nein. Yes, ja, yes, ja. Okay, okay, okay. Ey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da der Clip ist. Sabine. Sabine hat mich gerade getrollt im Chat. Ich glaube, legit dafür vote ich sie einfach nicht. Real Rap Also echter Sprechgesang Es war scheiße, es war scheiße Er hat geschrieben Felix, haha, nix, toller lol Sabine ist fucking 50, Bruder Sabine pusht die 60 Ja, wollten wir das erstmal, oder? Ja, bester Jumpscare Alright Wer ist Heisel? Ich weiß nicht, ob ich einfach stehenbleibe Ist das Minecraft? Ist das Minecraft? Weil die Mobs reagieren auf Geräusche tatsächlich Also so über dem Einspiel Okay, okay Okay, okay Okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay Der ist sehr stark Der ist sehr stark Dieses Cut-Off ist auch sehr gut Weil die Mobs reagieren auf Geräusche tatsächlich Also so über dem Einspiel Sehr guter Clip Gut, nächster Drücken muss Facebook, was ist das? Es ist literally Facebook Reads Wieso musst du es jedes Mal wieder laut machen? Oh, du Hurensohn, sorry Oh mein Gott Okay Auch sehr, sehr stark Sehr, sehr stark auch Du Hurensohn Du Hurensohn, sorry Du Hurensohn, sorry Er ist so krass Er ist so heftig Er hat so krasse Calls gerade gegeben Wir gehen da nach links Das ist nicht zu zweit Dann hat er seine Drohne Okay Guck mal rechts in den Wald, bitte Jetzt Hier gab es doch gar keinen Jumpscare Mann, Dad Oh Okay, stark Mann, Dad Wann hat er das gespielt? Okay, auch starker, starker Jumpy Ich bin erwachsener Mann Ich bin erwachsener Mann Ich bin quasi erwachsen Ich könnte jetzt schon Kinder haben Ich könnte Kinder haben Ich könnte eine Familie haben Ich bin erwachsen Du bist eine kleine Maus Okay Auch stark Du hast das ich, Kinder Nein Hallo Du hast das ich, Kinder Hallo Das war eins vor Toss Boah, wer die Marmeladenoma da gestorben Ich schwöre dir, Digga Herzschlag Janik Janik, hast du dir eine Flachse erlaubt? Geist verlässt den Körper Ich hab den Titel nicht gemacht Ich nehm den ersten Ich nehm den ersten Der hat mich am meisten gecatcht Off guard Guck Ich nehm den Der ist geil Bestes Streamer-Duo Guck mal Jetzt haben wir hier ein richtiges Problem Robin Jetzt haben wir hier ein richtiges Problem Na gut Für mich immer noch ganz klar Papa, Platte und Basti Die holen Back to Back Stegi und die Lara ist ja verrückt Also Stegi und die Lara ist wirklich verrückt Bitti, Bitti, Stegi, Voti Bitti, Bitti, Freundis Bitte noch ein bisschen quatschi, quatschi Und dann Voti, komm Hey, das wär so schön, wenn wir das gewinnen Wir könnten uns das zusammen hinstellen Wir nehmen Papa mit dem Basti, GRG Auf jeden Fall Most surreal moment Ja, ja, ja Alter Herzlich Willkommen Mach ich, äh, nicht mal Also nicht mal aus Respektlosigkeit Werde ich das Werde ich die Also ich werde die anderen Nicht mir angucken Nicht mal Einfach, weil Einfach Okay, doch, gucken wir Live am Limit Da kann mich nichts umstimmen Unfair, dass die da gewartet Dass die da nominiert worden sind Seit dem Kevin Ding Das ist krass Alles Danke für 5 giftet Das ist eine Antwort Für die Kunde Siehst du den mit dem Basecap da vorne Der den Basecap Verkehr vom Hofer hat Der da Ganz im Schwarz Nee Siehst du den Jetzt läuft er so ziemlich alleine da vorne Komm mal mit Ach nee, Entschuldigung, Polizei Das ist ein Taschenminkasch War ich jetzt schon die ganze Zeit rum Okay Du fühlst gerade noch so schön Ja Ich würde dann gerne mal Soll ich Frontkamera anmachen? Genau Dann versuchen wir Den mal drauf zu kriegen Das ist ein Foto verlinkt Oder das ist ein Foto Achso, den, ja, ja, ja Jetzt nicht Ich hab das schon gesehen Der mit den blauen Schuhen Ja, ich sehe, ich weiß, ich weiß Cool Ich muss ein bisschen tun werden Ich hab das schon gesehen Okay, alles klar Junge Ich schwöre Ich war gerade ein Kriminalpolizist Der hat gesagt Ich soll den mal verfolgen Junge Warte mal Alter Digga, er hat mir Ich schwöre Er hat mir gerade wirklich Seinen Kriminalpolizeiausweis gezeigt Und ich soll ihn jetzt aufnehmen Der ist auch wild Man, der ist aber Der ist auch sehr wild, der Clip Bro hat Quest angenommen Achso, Polizei, ja, naja Er war so überfordert, der gute Wallace Nehmen wir trotzdem Kevin Das ist ja super surreal Das ist ja, das ist auf jeden Fall Surrealer als ein Kommissar im Stream Ja, müssen wir nehmen Ist, ist klar Best created Emote Das Ding ist halt Ich hab das Halt nicht umsonst Auf beiden Beinen zu stehen, ne Na und? Und? Nay Ant Das steht auf beiden Beinen drauf Weil das Unser verf***ten Wortschatz Unsere Lingo Verändert hat Gut Bestes Stream Crossover Wo ist... Nein Wo? Nein Nein, 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 nein Ey, das sehe ich nicht ein At this point sehe ich es nicht ein Was machen Sie hier? Ja, du kannst mir nur Füllung aus Russen Das ist nicht Sie Wir haben einen Wir haben Im Internet nennt man sie Fran Roseng Das... Alter Nein Aber ich hab schon gesagt Wir werden zusammen kochen Und wir werden zusammen Auf jeden Fall diese Energie aufnehmen Finde ich gut Ja Und ja Das ist verrückt Ich war sehr froh und sehr stolz Als du mit Papa Platte das Video gepostet hast Da dachte ich so Wow Da geht ja richtig was Ich hab ihn nämlich eigentlich Das ist verrückt Das ist straight up Betrug Das ist straight up Betrug Bro, was? Das ist der einzige Clip Der einzige Clip Mit dem ich hätte gewinnen können Irgendwas Bro, was? Dann ist er da Champion Ich habe keine Chance Ich habe keine Chance Aber ich habe keine Chance No Chance Oh 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 I can't take the death threats, man I'm fine I'm fine I'm fine Musive Wie ist es Turkey? Es ist der Ratat Fucking NA Education Man Es ist der Red flag Bro Mit dem Und der Star Dann Wir müssen Coordination Wo ist Watt We are doing the moon because we are stronger and you guys are doing the star. I guess it's fine. What do you want the star into? Patrick Star from Spongebob. You don't think we can take this whole thing with all the stars? Yeah, 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 yeah. We can, we can, we can also like paint the black all over, if you guys want. I think we can do it. Okay, I will transform the bottom palace into a hamburger. Das ist verrückt. Okay, strong. Good strad, good strad. Okay, sick, sick. We are going for the banana. Okay. Also, du hast jetzt mein, wir haben sozusagen Schwerter getauscht und du kombinierst sozusagen mein Schwert nochmal mit dem. Würdest du auch später kreuzen? Oh je. Puh, ja, es wird schwierig. Wieso? Hm, ja, also. Ja? Sicherlegen. Asti? Asti, lass mich doch kurz. Wieso wird das schwierig? Otto, darf ich dir nur eine Frage stellen? Ich fand's sehr gut, wie talentiert du weiterhin deine Kunst auch jetzt hier auf einer Leinwand zum Besten gegeben hast. Fängt ja nicht an, das Interview. Weiter, weiter. Ach so, immer weiter. Die Frage ist schon fast vorbei. Ähm, wie sehr hast du dich jetzt hier wieder so gefühlt, wie wenn du das zu Hause machst? Was glaub, Bruder? Alles gut. Wie sehr kannst du diese Kunst noch genießen, wenn du vor tausenden Leuten stehst, die das alles feiern, was du machst? Ja. Worte ich, Kevin. Ich unterstütze, ich und ich liebe Wieland, aber ich unterstütze keinen anderen Frank-Rosin-Crossover-Moment als den einigen Meidigen. Kann ich nicht machen. Das ist voll richtig krass krass. Cool. Maus tolls im Moment. Weißt du so? Ja, die Mutter mit den geilsten Muffins. Die Mutter mit dem geilsten Nudelsalat sein, weißt du? Ja. Oder auch so Lunchboxen für die Kinder mitbringen, wo alle anderen Kinder mal so geiern. Wo die sich denken so, boah ey. Weißt du? Weißt du was, Nova? Das klingt jetzt richtig, richtig kitschig. Ja. Ganz kitschig. Aber ich glaube, wir werden richtig lang befreundet sein. Du siehst du mal aus, ich weine gleich. Ich auch. Oh. Ich glaub das, ich auch. Wo soll die sich dem aus? Selber. Pfeilo, wer weint? Actually, tuft. Tiger Chef Strobel. Einmal lieben in den Chat. Wirklich, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist so krass. Er weint wirklich. Es ist so krass. Es ist wirklich so krass. Boah. Ich hab keine Haare. Sellout-Ende. Uge. Scheiße, man. So viel Geld verdient. Pfff. Alter, dieser Schluchzer. Oh mein Gott. Geil. Zum Beispiel, du musst dir vorstellen, es ist für mich als Freund, als jemand, der... Ich hab alles. Ich hab alles. Ich kann Danny auch alles geben. Ich kann ihm alles geben. Ich kann ihm Liebe geben. Ich kann ihm Geld geben. Ich kann ihn irgendwo hin einladen. Ich kann machen, was ich will. Aber ich kann ihm nicht dafür selber... Ich kann ihm nicht selber helfen. Ich bin... Ich bin machtlos. Darüber. Und wenn ich jemandem nicht helfen kann, den ich liebe, es macht mich einfach extrem sad. Es macht mich... Es zerreißt einfach mein Herz. Wow, wow, wow. Ich fühl mich... Ich fühl mich, was das angeht. Fühl ich mich sehr machtlos. Weil ich kann... Ich kann nur mir selber helfen, was das... Da brauchen wir, glaub ich, Kontext für. Worum ging's denn da beim Helfen? Boah, dann... Dann wähl ich das, glaub. Ich glaub, wir gehen mit dem ersten Clip. Bestes Artwork. Oh, oh mein Gott. Henry. Wir müssen unseren Bruder Henry. Ganz klar. Gut. Bester NPC-Moment. Okay. Was geht ab? Yo! Was geht, Digga? Fresche Jacke, Digga. Berlin Wedding. Bis Friedrichshain. Ich geh steil. Und... Deine Mutter ist geil. Oh! Macht euch noch einen schönen Tag. Ja, Jungs. Ciao, ciao, ciao. Puh. Okay. Okay. Bist du mit Ding-Uber-Taxi hier? Ich bin mit dem Taxi da. Haut rein, Leute. Ciao. Mikro. Mikro. Ey, das ist unser Mikro. Mikro. Max. Max. Sind Sie frei? Mikro. Wenn Sie vorne fahrten? Dieser Vollidio. Bro, was? Hast du sein? Ey, Bruder. Auch einfach ohne Tschüss sagen und shit, ha? Hau rein, Jungs. Bist du mit Ding-Uber-Taxi hier? Ich bin mit dem Taxi da. Hau rein, Leute. Du hast unser Mikro vom Blo. Mikro. Hau rein, Leute. This way or this way? Do you think it's smart this way or this way? Ja, okay. Okay, keine Ahnung. Do you think it's smart this way or this way? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann auch raus. Ich kann auch erst mal raus. Für die zwei Minuten. Ja? Ich glaube, wenn ich mich viel hinsetzt, dann können wir in die Richtung füllen. Ja. Mein Name ist John Louie. Sehr, sehr, sehr famos. Naugli, Persepain, Soxen, Height, und Keyholder. T-Toubles, Soboclox. Naugli, Persepain, Soxen, Height, und Keyholder. Naugli, Persepain, und T-Toubles. Soxen, Height. Mr. Persepain, Mr. Sox, Businessman. Woman des Schmails des Schmails. Needles, T-Toubles, Toboclox, Keyholder. Soxen, Height, and Sneedle. Echt? Sneedle? 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 And Sneedle. Height! I wish you were happy for 20. Money talks. Height! Height! Yeah, Money talks, you know it. I love your style to work. Oh, thank you. Yeah, we must work to make money. Yeah, motivated. Very motivated. Yeah. Maybe I can advertise you to come into my team because we search a lot of money. Money, money, money. Oh, must be funny in a rich man's world. Yeah. Good? Yeah. Thanks a lot. I wish you the best for the world. You too. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas to you as well. Bro, what the fuck? Uhm... Pfff. Boah. Das ist schwer. Der erste war auch gut. Aber... Trimax... Ja, aber ist Trimax NPC? Also... Ja. So, aber... Ich glaube, ich gehe für Sneedle. Bestes Streaming Event. Okay, okay. Amma X Eli Cup. Sehr gutes Event. Great Fight Night, sehr gutes Event. Edel 2, sehr gutes Event. Indie Geller Cup, sehr gutes Event. Creator All Stars. Habe ich nicht wirklich viel mitbekommen. No Food Challenge. 5 Tage draußen in Hamburg. 2 vs Madeira. Gameathlon. 5 Tage Fassim. Card Invertational. 7 Tage Villa Stream. Friendly Fire 9. Tour zur TwitchCon. Der war krass. Back to School. Alexis Around the World. Edel 2 oder Tour zur TwitchCon? Edel 2, ja. Ich glaube, das ist auch keine Challenge. Schlimmster Versprecher online. Ist der Nie-Clip hier drinne? Okay. Zeig mal her. Ah ja, das ist sogar der erste. Ich, weiblich 13, bereich das nicht. Nee. Ach so. Das ist insane. Das ist insane. Wirklich, ich bin, ich war da, ich habe das nicht extra gemacht. Ob es mir gegenüber, ob Ronny gegenüber, ihr wisst, wie wir das Handhaben im Chat. Wir haben nicht viele Regeln, aber wir bleiben respektlos. Respektlos? Äh, wir bleiben respektvoll. Wir bleiben respektlos. Wir bleiben respektvoll. Okay. Zur Beruhigung. Ja. Mal ganz kurz gucken, ob ich wieder gedonenwollt wurde. Aber genug von mir. Wie geht es euch an diesem wundervollen Montag? Hatte die einen guten Start in die Freundin? Äh. Wow. Wie? Hatte die einen guten Start in die Woche? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Entschuldigung. Ich habe gerade parallel eine Wotze. Wow, 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 wow. Okay. Minus 50. Den können wir pickaxen. Lass den pickaxen hier unten. Hier. Fabo, Fabo, Fabo. Komm zu mir. Ich bin hier gerade eins am Ficken. Nein, fick mit mir. Also nein, mit dem hier. Komm. 125, Aruba, danke. Danke für 125.000. Digga, es ist spät. Aruba 106, dann Vincent, 103, Antigua und Babuda. Dank für 94 ... 94, Cabro, ich glaube ich liest es in letzter Zeit so auf Sub. Ich muss weniger Sub lesen. ähm Domenica, 72.000, Cayman Islands Dank für 79 ... No way. No way. Okay, no way. Digga, es ist halt echt zu spät, ne? Turks und, digga, 46k, Falkland, unseren 4k. Danke dir, Kamen. Lass krachen. Danke für 200.000 Einwohner. Okay, aber stark. Freunden, du küsst! Oh nein. Oha, du ist wieder raus! Oh, shit! Der lacht wie Kamen nur dunkelhaft. Okay, okay, okay. Oh, bro! Digga, ne? Wow, fuck! Hey! Yo, was ist der beste Streamer in aller Deutschland? Wer, wer, wer ist? Adam! Adam! Ja, Adam! Super! Ich nehme den Merle-Clip. Ich nehme den Merle-Clip. Sind wir cool mit Merle-Clip, Chat? Wtf passiert hier? Ich muss gerade im Schlaf... Koks ziehen. Ich hab noch nie Koks gezogen. Ich hab noch nie Koks gezogen. Ich hab mit beiden Nasenlöchern Koks gezogen. Wohl, Kacke! Dann musste ich zum Penny einkaufen gehen. Und dann war ein Aufstand. Ey, yo, wenn du was drogst du heute? Rauswerfen. Weil... Weiß ich nicht. Wegen der Umwelt irgendwie... Hey, what the fu- Weil der Flug geht erst in Botthagen. Und die Gang kommt ja auch noch rum dann. Chris und Sabine wollten ja... noch vorbeikommen. Und zwar voll der Scheiß-Traum. Krank. Decke auf, Decke auf... Oh Gott! Verena! Weg ist sie! Chat, wir laufen jetzt ganz schnell... Was?! Das ist überdumm! Decke auf, Decke auf... Dicke, was?! Boah, da stirbt man straight up! Oh Gott! Verena! Weg ist sie! Chat, wir laufen jetzt ganz schnell hinterher. Da ist sie! Da ist sie, Verena! Wie wäre los? Boah, was?! Ich kann es nicht glauben, dass sie das getan hat. Hallo! Gibt ihr da wirklich Musik? Ja! Da steht Lebensgefahr, Verena! Verena! Boah, what?! Was ist hier passiert? Digga, das ist halt Zellfarm, right?! Verena! Okay. Wer sitzt denn noch? Gib mir deinen Hund! Stopp, Wunder! Stopp! Was machst du? Das ist dein Bruder! Das ist dein Bruder! Das ist dein Bruder! Aus! Das ist dein Bruder! Der fickt halt die Katze, ne? Guter Song, aber... Weißt du, Steady? Weißt du, Steady? Was das Besondere an diesem Salat ist? Das ist ein Schweinebauch-Salat! Was? Du fragst dich, wo der Schweinebauch ist? Okay, guckst du... Also ich muss das hier wählen! Weil hier passiert halt in dem Clip actually WTF Scheiß und zwar ne Menge! Ne Menge, Bruder! Da spielt einfach random geil Musik! Das sieht aus wie ein Fiebertraum, wenn man das so auf Playback hat! Das sieht übel krass aus! Ja, wir nehmen das! Das ist halt wirklich ein WTF Moment! Ich denk mir so, warum springt die da rein? Ist die dumm? Ist die wirklich dumm? Das ist halt lebensgefährlich! Ass fuck! Und der Guy spielt da einfach Musik! Gut, das war's!